Long time no see! Hallo zusammen! Ich wurde gefragt, wie installiere ich Mods in den Supermarkt-Simulator? Das wollte ich euch jetzt nicht hier geheim halten und will es einfach euch zeigen. Zuerst natürlich braucht ihr den Supermarkt-Simulator auf Steam, das ist natürlich die Voraussetzung, damit ihr auch immer die neuesten Updates bekommt. Und um die Mods zu bekommen, müsst ihr auf die Website... Um die Mods zu bekommen, geht ihr auf die Seite nexusmods.com und registriert euch. Und sobald ihr euch registriert habt, geht ihr oben auf Support, danach installieren wir uns den Vortex im Mod-Launcher. Um jetzt ein bisschen einfacher zu installieren, dazu navigiert ihr hier oben auf Support und klickt auf Install Vortex. Nach dem Starten des Mod-Launchers navigiert ihr nach links und erstellt euch ein Profil. Das heißt, ihr geht links auf Games und wählt dann hier oben bei Search for a Game natürlich euer Spiel aus. In dem Fall ihr den Supermarkt-Simulator. Nachdem das Profil installiert worden ist, kann es sein, dass ihr den Vortex Launcher neu starten müsst. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann unter Mods die Mods hinzufügen. Um neue Mods hinzuzufügen, könnt ihr hier auch Get One Mods klicken. Und dann öffnet sich die Seite für den passenden Spiel, in dem Fall, wie gesagt, Supermarkt-Simulator. Der wichtigste Mod, damit alle Mods natürlich vernünftig laufen, ist der Tobis-Bep-Innex-X-Melon-Loader-Pack für den Supermarkt-Simulator. Den packe ich euch auch mal als Link hinzu. Um den Mod natürlich im Mod-Launcher zu benutzen, klickt ihr einfach hier rechts auf Download Vortex und dann auf Slow Download. Es kann sein, dass euer Browser nochmal abfragt, ob er das natürlich öffnen darf, hier oben. Und sobald ihr dann auf Slow Download geklickt habt, sollte er hier auftauchen in der Liste. Und sobald ihr alle Mods installiert habt, die ihr installiert haben wollt, könnt ihr hier oben links dann auf Display-Symbol drücken und dann das Spiel starten. Viel Spaß. Ich hoffe, ich habe euch das einigermaßen okay erklärt. Wenn nicht, dann schreibt einen Kommentar.